hallöchen so ja heute machen wir mal mit dem losi die erste probe fort noch was vorweg die leute die den bau von der tamir hilux karo besser verfolgen wollen ich blende euch jetzt bei den neuen videos immer hier unten irgendwo meine social media accounts an wo ich auch ständig aktiv bin am meisten aktiv bin ich bei instagram und ja da poste ich halt immer wenn es was gibt immer mal neue bilder und updates und wie auch immer nur dass ihr bescheid wisst ja 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 wir ja ja Vielen Dank. Alles klar? Ja, dann wollen wir hier mal Und jetzt drüber und dann mit einem kleinen Lübschein probieren hier. Hier mal gucken, wie er weiter hochkommt. Hier könnte er theoretisch auch hochkommen. Dann gucken, wie er weiter kommt. Okay. Oh ja, kennen wir uns noch? Sieht nicht steil aus, aber ist es. Das ist halt eine Brücke hier. Also er macht sich auf jeden Fall ganz gut. Auf jeden Fall Stock noch. Mal gucken, wie ich hier runterkomme. Oh nein, so gut. Wenn man hört auf jeden Fall, wenn man schmecken oder wo man sieht, ist ziemlich laut. Und das macht man und muss man auf jeden Fall. Jetzt sagen wir, machen wir hier mal einen Verbotenplan. Und dann rutsch es eigentlich. Ich nehme den Stein dann einfach mit. Das Servo könnte noch ein bisschen stärker sein. Das ist jedenfalls klar. Noch mal rückwärts und dann raus das. Ich würde sagen, vielleicht einmal noch mal zurück. Das ist natürlich einfacher. Das war's vom Losi. Das würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.